Wir haben die JudoCast des ATVD in Duttweiler besucht. Vor Ort haben wir auch hier mit dem Trainer und der Mannschaftskapitänin über ihre langfristigen Ziele und den Führungsstil gesprochen, sowie Fragebögen zu diesen Themen ausgeteilt. Neben dem Mannschaftstrainer konnten wir zudem den Abteilungsleiter der Judo-Abteilung für ein Interview gewinnen. Wir haben nach den langfristigen Mannschaftszielen gefragt. Also ein langfristiges Team sehe ich so an, wir hätten gerne mal eine Platzierung mit der U18-Mannschaft bei den Südwestdeutschen Einzelmeisterschaften. Das wäre so ein Ziel, dass wir uns ein bisschen gesteckt haben. Wir waren mit der U15-Mannschaft immer nahe dran, fünfte Plätze belegt. U18 hat leider noch mal nicht geklappt, aber da arbeiten wir dran. Unser Ziel ist es eigentlich, jedes Jahr mit dieser Frauenmannschaft an der Saarland-Meisterschaft teilzunehmen. Es ist immer schwierig, weil es sind viele Anfänger dabei, dass man die auch dann motiviert, dass die mitmachen, weil wir brauchen sieben Kämpfer und mit nur sechs Kämpfern können wir nicht starten. Und das ist eigentlich das Ziel. Es ist nicht unbedingt das Ziel, eine Platzierung zu machen, einfach nur mit der Mannschaft für den Verein zu starten, in der Mannschaft Teamgeist Spaß zu haben. Die einzelnen Kämpfer nennen uns bis auf zwei Ausnahmen kein langfristiges Mannschaftsziel, worin sich ein deutlicher Unterschied zum Mannschaftssport Fußball zeigt. Auch die persönlichen sportlichen Ziele haben uns interessiert. Persönliches Ziel ist, wie gesagt, meine anvertrauten Judokars zu guten, zufrieden Judokars zu machen und wenn es geht zu erfolgreichen, aber auch so die Werte des Judos zu vermitteln, was so, also auch kameradschaftlich, dass wir nicht diskriminierend sind, dass wir also wirklich miteinander gemeinsam Spaß haben und eigentlich auch gute Menschen aus unserer anvertrauten Juden zu machen. Also ich bin dieses Jahr Deutsche Bronze-Medaillen gewinnen worden und mein Ziel ist jetzt eigentlich für nächstes Jahr nochmal eine Medaille zu gewinnen. Dann kämpfe ich in der ersten Bundesliga für Speyer und wir sind jetzt Bundesligameister geworden in Deutschland und da will ich auf jeden Fall dranbleiben, in der Mannschaft weiterkämpfen die nächsten paar Jahre. Als persönliche Ziele nennen die Judokars die persönliche Fitness zu erhalten, ihr Können im Judo zu steigern, sowie persönliche Erfahrungen an jüngere Judoka weiterzugeben. Trainer Klaus Mang hat uns erklärt, was seiner Meinung nach die drei größten Verpflichtungen eines Trainers gegenüber seiner Spieler sind. Verpflichtungen, das sehe ich so, dass ich Vertrauen aufbauen kann, dass ich, wenn es gut läuft, vielleicht so eine kleine Vorbildfunktion habe, aber klar, hauptsächlich ist es wirklich eine freundschaftliche Beziehung und dass ich mich auch anerkenne mit dem, was ich mache. Das ist so die hauptsächlichen Ziel. Verpflichtungen, ja. Zudem wollten wir wissen, was die Mannschaftskapitänin von den anderen Judokars unterscheidet. Also ich würde sagen, die verlassen sich immer auf mich, weil ich die Erfahrung und Routine von der ersten Liga mitbringe, dass ich mich um das Organisatorische kümmere, damit die anderen Kämpfer den Kopf frei haben für ihre Kämpfe. Ich kümmere mich dann um die Pässe, um die Waage, motiviere die nochmal ein bisschen, ziehe die alle ran. Ja, das ist, denke ich, meine Aufgabe. Die Mitglieder der Mannschaft teilen diese Sichtweise und berichten, dass Mannschaftskapitänin Jessica Lindner sich durch ihre Erfahrung sowie das Organisieren der Wettkämpfe von dem Rest der Mannschaft abhebt. Weiterhin haben wir sowohl den Trainer als auch die Kapitänin darum gebeten, eine Reihe von Faktoren hinsichtlich ihrer Wichtigkeit für den Mannschaftserfolg zu ordnen. Was die wichtigsten Erfolgsfaktoren betrifft, sind sich Klaus Mang und Käpt'n Jessica Lindner einig. Sowohl für den Trainer als auch für die Mannschaftskapitänin steht die individuelle Leistungsfähigkeit der einzelnen Kämpfer an höchster Stelle. Es folgen die persönliche Fitness auf dem zweiten Rang, weiterhin die Motivation und die Disziplin der Kämpfer. Als weniger wichtig eingestuft werden die Faktoren Taktik, Teamgeist, das Pampern einzelner Teammitglieder, die Autorität des Trainers sowie das Vertrauen in den Trainer. Besonders vorzuheben ist, dass Erfolgsfaktoren, die einzelne Spieler betreffen, wie zum Beispiel die individuelle Leistungsfähigkeit, die persönliche Fitness, die Disziplin, aber auch das Pampern einzelner Teammitglieder hier weit wichtiger eingestuft werden, als wir es beim Fußball, bei dem die Mannschaft gemeinsam auf dem Platz steht, feststellen konnten. Insgesamt herrscht eine sehr hohe Übereinstimmung zwischen den Ansichten von Trainer und Mannschaftskapitänen. Abschließend wollten wir erfahren, wie der Trainer seinen Führungsstil beschreibt und was die Erwartungen und Einschätzungen des Käpt'ns und der Spieler seinen Führungsstil betreffend sind. Trainer Klaus Mangen beschreibt seinen Führungsstil generell als im gleichen Maße hochaufgaben- und hochbeziehungsorientiert. In der Phase der Vorbereitung legt er dabei besonders hohen Wert auf die Beziehungsorientierung. Diese Einschätzung wird durch die Mannschaft bestätigt, welche den Führungsstil von Klaus Mangen als im gleichen Maße hochaufgaben- und beziehungsorientiert einordnet. Trainer Klaus Mangen führt demnach sein Team im Führungsstil des Teammanagers. Dass unterschiedliche Trainer unterschiedliche Führungsstile anwenden, wird deutlich, als der Vorsitzende Herbert Wagner und seinen Führungsstil als Trainer darlegt. Wenn die Fortgeschrittenen trainiere, bin ich schon sehr meisterschaftorientiert. Also da geht es richtig zur Sache, wie es halt im Juli ist. Aber geht es näher aus, wenn wir das jetzt den Rahmen sprengen. Zu dem Letzten, ich brauche keine Beziehungen auf zu meinen Kämpfern, das geht nicht. Ich bin dann ziemlich autoritär, das ist so ein Juli. Auch Mannschaftskapitänin Jessica Lindner beschreibt den Führungsstil von Abteilungsleiter Herbert Wagner als eine Kombination aus eher niedrig ausgeprägter Beziehungsorientierung und eher hoch ausgeprägter Aufgabenorientierung. Dies entspricht dem Führungsstil-Typ Drillmeister. Ja, Judo ist eigentlich eine Philosophie. Gewinnen durch Nachgeben heißt das. Und ich muss also mein Persönliches aufgeben, um zum Sieg zu kommen. Das ist im Großen und Ganzen die Philosophie von Judo. Das ist ganz einfach zu erklären. Wenn einer drückt, drückt man doch dagegen. Ich mache so, wenn einer drückt, ziehe ich. Wenn er zieht, dann drücke ich. Lass es gewinnen durch Nachgeben. Ich mache so, wenn ich nicht glücklich Untertitelung des ZDF, 2020